Wie ihr sicher mitbekommen habt, gibt es ein neues Format im Podcast, den es seit letzter Woche gibt. Und zwar die Challenge of the Week. Und letzten Montag gab es die Challenge zu Planken. Wie genau, das könnt ihr euch jetzt anhören. Falls ihr es schon kennt, könnt ihr vorspulen bis zur Ausführung. Bis später. Hallo und herzlich willkommen zur Challenge of the Week für diese Woche. Felix, bist du auch da? Ganz genau. Ja, ist er, sehr schön. Wir haben diese Woche eine etwas unangenehmere Aufgabe. Ganz genau. Auch wieder in einer Zeitbegrenzung und zwar wieder innerhalb von 30 Minuten. Um was geht es denn hier? Wir haben 30 Minuten, wie gesagt, Zeit maximal. Viele werden es wahrscheinlich viel, viel schneller schaffen, um fünfmal eine Minute lang zu planken. Oder auch im Ellbogenstütz zu sein. Das kennt ihr bestimmt auch von so manchem Krafttraining. Manche werden das bestimmt ziemlich locker schaffen. Das heißt, die werden vielleicht sogar die Zeit ein bisschen zusammennehmen. Wer möchte, der kann das Ganze so probieren. Und zwar, dass er zweimal fünf Minuten innerhalb von 30 Minuten macht. Vielleicht habt ihr bis jetzt immer nur so zwei bis drei Minuten mal geplankt. Und versucht euch für die Challenge wirklich richtig zu pushen und ein bisschen aus eurer alten Zeit rauszukommen und fünf Minuten zu schaffen. Wir machen so viel Katropädie. Das ist ganz, ganz viel, diese Position. Lenkt euch währenddessen einfach ein bisschen ab. Macht das am besten auch im Team. Und wenn ihr euch sicher seid, dass fünfmal eine Minute zu wenig ist, dann probiert, an die fünf Minuten ranzukommen und probiert das zweimal. Vielleicht legen wir da noch einen drauf. Genau. Wir machen dann einmal fünf Minuten und das zweite Mal mindestens fünf Minuten, so lange, bis ihr nicht mehr könnt. Genau. Das heißt, eine reine Krafttraining-Challenge. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Lasst euch ruhig Zeit. Sehr viel Spaß. Und ja, haut rein. Haut rein. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Will ich mal. Ich fahre meine Schuhe ab und zu zweit. Das rutscht nicht zu mir. Ganz vergessen, wie anstrengend das sein kann. Oh, endlich. Ausdauer-Sachbar. 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 Einmal. Kammer. Für alle, die Lust haben, haben wir uns folgendes überlegt. Wir werden uns zumindest in Stuttgart jeden Mittwoch treffen. Mittwochabend, so 18 Uhr, an der Universität. Und dort so eine Art Hell Knight, also Krafttraining, zu vollziehen. Und jeden Mittwoch werden wir auch die Challenge of the Week eben dort einmal mit allen, die dort anwesend sind, durchziehen. Und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, trotzdem Lust habt, irgendwie mitzuwirken, könnt ihr gerne eure Videos einsenden. An cow, also C-O-W, Challenge of the Week, at dupacour.de. Jeweils das Video von der Challenge, die ihr selbst macht, aufnehmen, einsenden und dann kommt ihr mit ins Video rein. Jetzt viel Spaß bei der dieswöchigen Challenge. Jetzt schon im Podcast. Im Podcast erscheinen alle Folgen, also auf iTunes und auf Stitcher, eine Woche vorher. Auf YouTube immer ein bisschen später, einfach weil dann auch ein bisschen Videomaterial noch dazu gemischt wird. Und damit es auch einen zusätzlichen Vorteil gibt, uns auch auf iTunes oder Stitcher für Android-Nutzer zu abonnieren. Ich wünsche viel Spaß bei der Challenge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.